Einen ganz wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin, beziehungsweise zu einem weiteren Einrichtungsvideo. Sehr, sehr spät in der Playlist, ich weiß. Aber es haben sich sehr viele von euch gewünscht, dass wir noch die alternative Entwicklungsumgebung namens IntelliJ uns mal angucken. Denn IntelliJ ist von JetBrains und JetBrains hat Kotlin immerhin entwickelt. Und viele finden Eclipse mittlerweile in die Jahre gekommen. Ihr könnt alles eigentlich mit Eclipse machen, aber mit IntelliJ ist es häufig einfacher. Ich persönlich habe mit Eclipse angefangen, deswegen habe ich auch hier Eclipse erstmal gewählt. Ich würde euch jetzt einfach mal kurz IntelliJ vorstellen. Wir werden auch danach mit IntelliJ weitermachen, weil es macht halt doch sehr, sehr viel sehr, sehr richtig und sehr, sehr viel bequemer als Eclipse das tut. Deswegen werden wir mit IntelliJ hier weiterarbeiten. Ihr könnt aber selbstverständlich euch das Ganze auch über Eclipse zusammenbauen, sozusagen. So, zunächst einmal muss man sagen, JetBrains hat enorm viele IDEs. Wer bei mir schon Python gesehen hat, der weiß, oder viele andere Playlisten, der weiß, ich benutze WebStorm, ich benutze CLion für C und C++. Ich benutze, oh, Rider kenne ich noch gar nicht. Aber ich benutze PyJarm sowieso immer und ich benutze auch häufig IntelliJ für verschiedene Dinge. Wobei man dazu sagen muss, IntelliJ hat Support hauptsächlich für Java erstmal. Daher kommt das J. Da ist es quasi groß geworden und dann hat sich JetBrains dazu entschlossen, ihre eigene Sprache zu entwickeln und das war dann eben diese wunderbare Sprache wie Kotlin. Da sehen wir es auch schon. So, und ja, dann ist eben auch noch der Kotlin-Support hier entstanden, logischerweise. Und da kann man natürlich auch einiges dann damit machen. Denn man hat hier nicht nur ganz normal Java, Kotlin, Groovy und Scala, sondern man hat eben auch Android-Entwicklung. Und das ist bei Eclipse leider nicht dabei. Da müsst ihr dann umsteigen auf das Android-Studio von Google. Wobei das Android-Studio, naja, es ist gut, aber wenn man das natürlich in seiner gewohnten IDE hat, ist das natürlich auch nicht gerade schlecht, oder? Ähm, klar, das ist dann auf Eclipse basiert und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt die Möglichkeiten, das mit Eclipse alles komplett durchzuziehen, Android-Studio für Android zu nehmen, aber da wir eben auch noch hier Android-Videos mit Kotlin machen wollen, ähm, ja, gehört das natürlich da auch dazu. Ähm, das heißt, das ist schon sehr angenehm. Und dann haben wir Maven, Gradle und, geh weg, äh, Maven, Gradle und SB-Team. Ähm, das heißt, da haben wir auch schon für das Bildsystem sozusagen einige Vorteile, das wir uns vielleicht auch noch anschauen werden. Plus, wir haben eben Support für Git, SV1 und Mercurial, ähm, wobei wir hier wahrscheinlich höchstens Git verwenden werden. Mal gucken, ob wir das auch noch kurz reinhauen hier. Ja, und was wir nicht haben, weil ich werde nämlich hier die Community Edition verwenden, das ist die kostenlose Variante der IntelliJ IDE. Ähm, die kostenpflichtige Variante, nennt sich Ultimate, die hat auch noch Support für das hier, ähm, für JavaScript, TypeScript, Enterprise Edition von Java, ähm, Spring, Play, Grails und andere Frameworks. Das steht jetzt hier genauer aufgedröselt. Zum Beispiel Hibernate ist auch dabei, Thymelief, alles Dinge, mit denen ich schon gearbeitet habe, ähm, kann man hier eben nicht in der normalen, also, es, man kann es schon benutzen, ja, aber es ist eben nicht von Haus aus dabei, und man hat nicht direkten Support dafür. Man hat auch keine SQL-Tools und so weiter und so fort. Das heißt, die Commercial Variante hier lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sie denn braucht, also, wenn man hier mit diesen Dingen arbeitet. In unserem Fall werden wir das nicht tun, ähm, weil wir eben mit Kotlin und dann vielleicht noch irgendwann mal mit Android und so arbeiten werden. Das heißt, die Community Variante, also die kostenlose Variante reicht uns völlig aus. Aber wenn ihr irgendwann mal Bedarf habt an einer Ultimate Variante, dann behaltet immer im Hinterkopf, Hinterkopf Schüler, Studenten kriegen das Ganze, oder Auszubildende kriegen das Ganze komplett gratis, ja. Das heißt, da müsst ihr euch einfach nur bewerben, müsst den quasi hinschicken, hey, ich bin in der Ausbildung oder im Studium, ich hätte ganz gerne mal das Ding hier. Und dann seid ihr danach so abhängig, dass ihr euch auf jeden Fall die Ultimate nur noch kaufen wollt. Das ist so der Plan dahinter. So, jetzt kurz zu den Systemen. Es gibt hier jeweils einen Download für Windows, Mac und Linux. Einfach hier auf die Download-Variante hier gehen, die ihr braucht. Ihr könnt das Ganze als Zip runterladen, beziehungsweise als Exe. Und ihr könnt hier wunderbar einfach sagen, ich will das Ganze für Mac haben und für Linux. Zu Linux, kurze Anmerkung, in den meisten Linuxen, Linuxes, ist das in den Paketquellen drin. Und zwar bei Arch Linux, das benutze ich ja, ist das die IntelliJ IDEA Community Edition, ja. Da könnt ihr quasi das Ding einfach installieren, habe ich mal gemacht hier. Das sieht dann so aus, ich habe es extra mal rausgeschmissen und nochmal neu installiert für euch. Sieht dann folgendermaßen aus, sudo pacman-s und dann eben hier die IntelliJ IDEA Community Edition. So, und ja, das ist quasi das Tolle dabei, das updatet sich dann auch automatisch mit euren Paketquellen. Auch Ubuntu hat das in seinen Paketquellen drin. Das heißt, ihr könnt das einfach darüber installieren, ist deutlich bequemer, als wenn ihr jedes Mal quasi das Update-Programm manuell laufen lassen müsst für die IDE. Gut, und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann werdet ihr das wahrscheinlich starten wollen. Das sieht dann erstmal folgendermaßen aus. Ihr habt hier ein Import IntelliJ IDEA Settings From und dann könnt ihr hier auswählen, wo ihr das Ganze quasi importieren wollt. Aber in den meisten Fällen werdet ihr keine Settings haben und ihr wollt die quasi anlegen. So, und wenn ihr das Ganze zum ersten Mal startet, dann bekommt ihr hier eben diesen tollen Dialog, wo ihr euch quasi einmal da durchleitet, was ihr genau denn hier eigentlich haben wollt. Und deswegen möchte ich das mal so mit euch machen, quasi einfach der Reihe nach, damit ihr eben hier auch seht, was eigentlich die krassen Vorteile davon sind gegenüber Eclipse. So, das Theme, ich weiß, viele von euch bevorzugen das Dracula-Theme und ja, ich habe das letzte Mal Applaus bekommen, als ich das benutzt habe, endlich mal. Allerdings habe ich auch schon negatives Feedback dazu bekommen. Bitte sagt mir Bescheid, wenn man deswegen meinen Code nicht richtig lesen kann, weil der Kontrast zu gering ist, okay? Aber ich gebe mir natürlich Mühe, dass es lesbar ist. Ich werde auch die Schrift natürlich größer stellen und alles, aber gebt mir auf jeden Fall gerne Feedback dazu. Dann stelle ich es natürlich wieder um. Für die Leute, die gerne Lite mögen, Lite ist natürlich auch verfügbar, aber die meisten bevorzugen, glaube ich, Dracula. Dann gehen wir hier mal weiter und Desktop-Eintrag brauchen wir keinen, denn wir haben das Ganze automatisch schon, also zumindest ich, wenn ich es über die Paketquellen installiert habe, habe ich das automatisch schon in meinem Startmenü stehen. Das heißt, ich möchte keine zwei Einträge, also bleibt das hier raus. So, Launcher Script brauchen wir auch nicht. Das ist, wenn ihr die einzelnen Dateien, die Skripte aus der Kommandozeile öffnen wollt, mit IntelliJ, das brauche ich also nicht, weil ich einfach direkt die IDE aufmache. Und dann haben wir hier den großen Batzen mit den Plugins. Das ist der Teil, der sehr cool ist. So, wir wollen arbeiten mit JUnit. TestNG und Coverage brauchen wir vielleicht auch noch, aber JUnit ist so der Teil, der nicht so leicht zu laufen, also quasi funktional wird in Eclipse, okay? Also man muss da einiges machen. In IntelliJ ist das einfach schon direkt dabei und das ist einer der Hauptgründe, warum ich da jetzt umsteige. Außerdem haben wir hier direkt Git und GitHub-Integration und wir haben hier Arndt, Mavel und Gradle. Das haben wir schon gesehen. Wir haben einen UI-Designer für Swing, was auch sehr angenehm ist. Swing-Tutorials in Java habe ich auch gemacht. Einmal gerne vorbeischauen. Und ja, ich weiß, Schleichwerbung, haha. Und dann haben wir natürlich noch hier Android. Und Android ist auch so ein Ding, das ich ganz gerne noch mit Kotlin angehen möchte. Wahrscheinlich aber in einer separaten Reihe, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr schon mal diese IDE hier kennt, also die Entwicklungsumgebung kennt, damit ihr das nicht mehr braucht. So, für die Leute, die Reverse Engineering so als Hobby zählen, Bytecode Viewer ist auch dabei. Könnt ihr eigentlich mal ganz, ganz gerne einfach ausprobieren sozusagen. Werden wir aber in dieser Reihe natürlich nicht machen. Das ist ein völlig anderes Thema. So, und dann können wir hier auch noch auswählen, dass wir Scala verwenden wollen. Brauchen wir nicht. Und dass wir lernen wollen, wie die IDE funktioniert, also irgendwelche Shortcuts und so weiter. Das ist für die Leute, die neu sind, vielleicht nicht schlecht, aber ihr habt ja mich. Und dann haben wir hier noch für die Leute, die gerne Vim verwenden. Ein Vim-Editor. Das ist allerdings nicht zu empfehlen, wenn ihr nicht wisst, was Vim ist. Und wenn ihr wisst, was Vim ist und nicht gerne auf Vim programmiert, dann braucht ihr das auch nicht. Das ist wirklich nur für die Leute, die Vim-Fans sind. Ich weiß, da gibt es ein paar unter euch. Ich nenne jetzt hier keinen Namen Felix. Aber ja, das ist okay für die Leute, die es mögen. Und für alle anderen muss das nicht sein. Für mich auch nicht. Gut, und jetzt können wir einfach hier starten. Dann näht das Ganze. Und wir sehen, dass wir nichts sehen, weil es auf dem falschen Bildschirm landet. Da sind wir. Und ja, jetzt können wir hier tatsächlich einfach ein neues Projekt generieren oder ein Projekt importieren. Und wir wollen natürlich einfach ein neues Projekt, denn wir wollen hier quasi neu anfangen. So, und jetzt haben wir hier die Wahl, was wir hier eigentlich tun wollen. Das heißt, wir können sagen, wir wollen Java programmieren, wir wollen JavaFX programmieren, was wir nicht wollen. Wir wollen Android programmieren. Das müssen wir erst noch installieren, weil ich das noch nicht installiert habe, aber brauche ich auch gerade nicht. Wir wollen eventuell sogar Groovy, Maven, Gradle, nochmal Groovy oder hier tatsächlich Kotlin. Und hier haben wir mehrere Varianten, die wir aus Kotlin wählen können. Wir haben einmal die JVM, wir haben einmal die JS, also die JavaScript Variante. JVM steht für Java Virtual Machine, also Java im Endeffekt. Wir haben die JS, also JavaScript. Und wir haben Native, was mit Gradle dann gebaut wird automatisch. Das heißt, das hier und das hier, also JVM und JS, sind über die IDE, werden die gebaut, ja. Während das hier wird schon über Gradle gebaut. Also Native, Multi-Platform Library, JS Client und JVM Server, Android und die Mobile Shared Library, die werden alle über Gradle gebaut. Und das ist jetzt relativ interessant, denn da braucht man dann auch tatsächlich Gradle so ein bisschen hinten dran. Das ist sozusagen das Build-System, okay. Und dieses Build-System wollen wir uns selbstverständlich dann auch noch angucken. Wir gehen jetzt allerdings noch nicht her und erstellen ein neues Projekt. Das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Ihr könnt allerdings einfach hergehen und eine JVM IDEA verwenden, ja. Wobei, das können wir durchaus mal machen und sagen hier JVM Kotlin. So. Und dann habe ich hier die Java Version 11 ausgewählt. Das kann gut sein, dass bei euch einfach eine neue verfügbar ist. Und das ist aber nicht so schlimm. Kotlin an sich sollte sich nicht so sehr verändern. So. Und dann sehen wir hier, dass wir nichts sehen, weil ich mal wieder die IDE natürlich nicht auf das Fenster angepasst habe. Ich habe ja gerade extra für euch die Settings resettet. So. Wundervoll. Und ja. Jetzt sehen wir hier unser Project. Können wir einfach das Ding aufmachen. Das JVM Kotlin ist der Projektname. Hier sehen wir den Source Ordner und hier können wir einfach eine neue Kotlin Datei einbauen, indem wir hier einfach, ja, eine Datei reinnehmen und da sagen wir einfach mal Main dazu. Okay. So. Wir sehen hier, dass wir das Ding fertig haben. Das ist jetzt quasi gebaut. Schriftgröße muss ich kurz ändern. Sekunde. So. Und das sollte für euch auch lesbar sein, wenn ich jetzt hier Fun Main schreibe. Zumindest sogar auf Mobilgeräten sollte das jetzt lesbar sein, falls ihr unterwegs das Ganze guckt. Und ja, jetzt sehen wir hier auch schon, die Autokorrektur ist ein bisschen stärker als die von Eclipse, weil wir hier auch direkt einfach ein Function Body einbauen können. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Print Line und dann sehen wir auch schon direkt die Vorschläge, was sehr, sehr angenehm ist, falls ihr damit auch zurechtkommt. Falls ihr mal merkt, dass ihr was nicht vorgeschlagen bekommt, obwohl ihr es vorgeschlagen bekommen solltet, dann könnt ihr mal Steuerung Leertaste drücken. Okay. Und dann seht ihr sofort alle Vorschläge. Steuerung Leertaste ist hier sehr, sehr wichtig. Und jetzt geben wir hier einfach mal ganz kurz Hallo Welt aus. So, wir fragen nicht, wie es der Welt geht. Jetzt sehen wir hier drüben auch schon gleich den Pfeil zum Starten. Können wir benutzen. Das ist eine Variante. Dann steht hier Run Main KT. Das wäre dann quasi zum Laufenlassen davon. Wir sehen hier unten tut es etwas. Es kompilt nämlich und dann wird es laufen lassen. Es dauert ein bisschen. Und wir sehen auch hier direkt, dass Hallo Welt ausgegeben wird. Und hier oben eine Run Configuration, also eine Laufkonfiguration erstellt wird für uns. Okay. Das ist so der Workflow ein bisschen, wenn wir hier ein neues Projekt erstellen. So, und das Ganze wurde auch schon für uns einmal kompiliert. Wir sehen hier unten übrigens auch Nachrichten, dass ich mein Kotlin mal updaten sollte. Das werde ich jetzt gleich dann tun. Aber ja, das ist erstmal so die Einrichtung für Kotlin von unserer neuen IDE. Und ich werde das Video jetzt auch nicht an die Stelle packen, in dem Kurs, wo ich das Ganze rausgebracht habe, sozusagen. Also quasi in der Ordnung, wie ich es aufgenommen habe. Was für die Leute, die den Kurs schon gesehen haben, vielleicht ein bisschen verwirrend sein könnte. Lasst euch nicht irritieren. Im Großteil des Kurses wird erstmal nur die Eclipse IDE verwendet, aber später steige ich dann eben um auf IntelliJ, um eben diese ganzen Features auch zu haben. Ihr habt quasi die Wahl, was ihr benutzen wollt. Im Nachhinein betrachtet würde ich fast sagen, dass IntelliJ intelligenter ist. Aber es sind eigentlich beides gute IDEs und ich will euch eben hier die Wahl auch geben, was ihr verwenden wollt. Ja, und in diesem Sinne hören wir uns einfach wieder beim nächsten Mal. Und ja, bis dann. Ciao.